Autsch. Dieses Video fällt unter die Kategorie, tut schon beim Zugucken weh oder hätte man mal einen Profi gefragt. Doch die Hobbyhandwerker haben Glück, denn trotz des Sturzes bleiben alle unverletzt und können kurz danach wieder lachen. Papa bringt den Kronleuchter an, heißt dieses Video. Ein Name, der nicht ganz zutrifft, denn Papa baut den Kronleuchter freundlich gesagt eher ab.